Moin Leute, herzlichen Glückwunsch an euch. Wie ihr euch hier auf meinem Kanal bettet. Ich weiß, wie ihr es schon bald sieht. Ich gehe schon bald zu einer Plattform. Wo darf ich voll... Hey! Was mache ich hier? Ich bin mal schlecht, du Scheiße. Alles schlecht übel. Es läuft einfach zu hart. Entschuldigung, dieser Störung... Entschuldigung. 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 Das kann einfach nicht sein. Ich muss mir eine Kamera kaufen. Das ist auch nicht so leck. Ich kaufe mir eine Kamera. Wie viel Gomme hat ihr sein? Der ist auch geil. Ich bin mir auch gleich. Ich bin mir auch gleich. Die Leute sind so leichtes. Wir sind anders. Und wir sind anders. Ich weiß nicht, was ich gerade fuhre. Ich weiß nicht, was ich gerade fahre. Ich weiß nicht, was ich. Nee, was ich weiß. Und ihr... Das ist alles ganz gut. Das war's für heute. Ich glaube, ich habe ihn gesetzt. Hä? Er ist geflogen! Er ist geflogen! Er wird schon stark. Ich habe keinen Gold in dieser Runde. Oha! Das kann echt nichts tun! Er ist in Go Remote! Das mache ich doch! In Game Mode! Was? Was ist das? Er fliegt! Er ist so ungefähr ein Spieler. Ich bleibe die ganze Zeit an. Aber kein Gold. Und ich bin einfach Gold, dann bin ich Eisenschwer. Aber das kann ich nicht genügend Gold. Sheila! Sheila! Da ist es weit aus und sitzt. Na! Der sitzt nicht. Oh, Sheila! Sheila! Ich drehe mich! Oh, Bäh! Bäh! Oh, Bäh! Oh, Bäh! Er ist eigentlich schon getroffen. 40 Mal. Hä? Jetzt kommt GTA 5. Jetzt kommt George Cedar. Jetzt kommt George Cedar. Jetzt, Wo, Goth Cedar? DRABADA! 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 DADADADA! Ist das parange? Kann ich jetzt das da run spuren отк Pharsen? Es ist deus apologies! Er kann hacken. Ich kann hacken. Er kann- Schon wieder? Entschuldigung. Aber schon wieder passiert das, Alter. Okay, jetzt hole ich mir die Lüge. Jetzt gibt's Come Mode. Jetzt kommt Come Mode. Alter, schon wieder? Was ist das? Heute ist Bettenau 3, Bettenau 3, so. Ich kann gleich Iso. Okay, ich geh zu Iso. Das ist meine Aufnahme. Ist eiskalt Erde? Oh, das ist gut. Wenn ich jetzt wieder runterfalle, raste ich auf. Woah. Woah. Is this for this? Jetzt kommt Come Mode. Dun, dun, dun. Woah. What the hell? Ich glaube, es ist mir ein bisschen. Ich glaube, es ist mir... Das ist ein Angre! Das ist ein girl! Es geht doch nicht. Ja genau, drei Gold, nur so. Hey, ich weiß. Ah, wie kostet die da alles so schwer? Ja, ich weiß nicht. Ich habe 20, oder? Ja, 20. Ja, 20. Ja, 20. Ja, er geht eiskalt durch die Wand. Ein Schlagzeug. Vielleicht morgen, ne? So unfair. Ja, er nimmt eiskalt das ganze Gold aus. Und jetzt kommt der durch den Kisten. Da wollte ich nicht. Und jetzt erkomme ich mit 3 Schwer, mit 7 Brustpanzern. Wer will nicht damit rechnen? Ja, das ist von mir doof, dass ich da hingehe. Er hat einen Boden. Egal, ich schaffe es, ich schaffe es. Fast bin ich untergefallen. Oh, 23. Oh, 7er, 3er Schwert. Oh, ich hab schon gewonnen, wir haben gewonnen. Okay, mach, mach, mach. Boots. 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 Es kommt noch ein Halt. Ich habe jetzt das Speed Drunk. Boots. Koko-Koko-Makla. 4, 3, 3, 2, 4, ich war es. Ich hab den Commentary規格 und hab den die ganze Zeit abonniert. Das ist dein Bestes-Einfic. Ja genau, hat er einen Eisenschwert! Der ist so ein Cheater! Das ist ein Cheater! Immer noch drei bei Papa! Der ist so ein Mütter! Okay, das war schon für diese Runde! Okay, das war für diese Runde! Will ich mal sagen, tschüss mit Ö! Tschüss!